Herzlich willkommen zu einem neuen SoRare Video. Viele von euch haben mich gefragt, welche Wettbewerbe man am besten spielen sollte. Das hängt natürlich mit dem Budget zusammen, aber ich will euch heute mal anhand meiner Taktik einmal eine Anregung und Denkanstöße geben. Solltet ihr noch nicht bei SoRare angemeldet sein, checkt da gerne meinen Beginnerguide ab. Ihr findet ihn rechts oben in der Infobox. Aber nun zu meiner Taktik. Und dafür switchen wir mal rüber zu SoRare. So. Und zwar, das Allerwichtigste. Wenn ihr neu seid und auch wenn ihr nicht neu seid, spielt auf jeden Fall, wenn wir hier mal ganz kurz auf Spielen und Anstehen gehen, die Amateur-Turniere. Also davon gibt es ja mittlerweile sechs. Die MLS ist jetzt kürzlich dazugekommen mit Beginn der Saison. Weil hier könnt ihr, wenn ihr zum Preispool geht, sehen, dass ihr hier SoRare Coins gewinnen könnt. Die 200 Limited-Karten, die man hier gewinnen kann, sagen wir mal so, hier sehen wir es ja, 83.000 Teilnehmer. Ist eher gering. Aber, wie gesagt, da könnt ihr das Spiel sehr gut lernen. Und die SoRare Coins kann man echt mitnehmen. Dafür gehen wir auch mal ganz kurz hier in den Home-Bereich. Und da klicken wir mal auf die SoRare Coins. Denn, wenn wir auf Booster gehen, sehen wir Extra-Trainings-Teams. Ich habe zum Beispiel auch schon ein Extra-Training-Team geholt, kann damit viel aufstellen. Für Leute, die viele Karten haben, ist das wirklich wichtig, weil ihr so die XP grinden könnt, weil ihr ja da doppelt XP bekommt. Aber hier kommen dann auch noch coole Sachen wie zum Beispiel signierte Trikots, Tickets und andere richtig coole Sachen. Also, SoRam-Merch. Also, da werden wir auf jeden Fall dann jetzt in den nächsten Wochen sehen, was noch dazu kommt. Ja gut, ihr könnt auch Skins kaufen, aber die sind eher uninteressant. Und ja, hier seht ihr nochmal euer Stuff, den ihr bislang gesammelt habt. Wie ist es aber angefangen? Ich habe damals, das ist jetzt schon weit über ein Jahr her, angefangen und wollte im Rare-Bereich den Threshold grinden. Dafür musste man, bevor es die Neuerungen gab, fünf gute Rare-Spieler haben und hat es eigentlich recht sicher reingeholt, jede Woche. Jetzt, vor ein paar Monaten, haben sie es ja geändert. Dafür gehen wir auch gleich mal in den Wettbewerb auf Rare. Früher war es hier im All-Star-Rare-Bereich, also All-Star-Selten. Und heutzutage ist es in dem Capped Max 240 Turnier. Und das heißt, euer Team darf nur ein L15, also in den letzten 15 Spielen im Durchschnitt einen Score von 240 haben zusammen. Aber ihr müsst 250 Punkte knacken. Und das ist natürlich nicht leicht, denn die müssen natürlich den Durchschnitt ihrer eigenen Scores dann jede Woche oder in dieser Woche übersteigen. Das heißt, man hat jetzt einfach viel mehr Rare-Spieler gebraucht als die fünf Spieler, weil meine fünf Spieler waren auch zu stark. Also die waren deutlich besser als die 240. Und man brauchte auch Spieler, die halt vielleicht nicht so gut drauf waren. Und da habe ich dann angefangen, einige Spieler zu kaufen. Wenn wir jetzt mal hier auf Karten gehen, in den Rare-Bereich. Da sieht man, ich habe jetzt schon 28 Karten. Da sind auch ein paar Invests dabei, wie zum Beispiel Lars Ritzka. Leert Pakarada, der eigentliche Linksverteidiger von Pauli, geht ja in die Bundesliga zu Köln. Und mit der Hoffnung, dass Ritzka vielleicht dann spielen wird, habe ich ihn mal geholt. Und so habe ich dann aber auch ungefähr versucht, wie ihr bei den Positionen hier sehen könnt, das einigermaßen ausgeglichen aufzubauen. Dass ich viele Optionen habe für den Cap 240 Mode. Dann hatte ich ja aber auch noch starke Spieler. Wenn wir jetzt mal hier runterscrollen, wie Philipp Heise, der hat jetzt ihren schlechteren Lauf. Philipp Tietz, Leert Pakarada und Yannick Huth. Ich hatte früher noch ein bisschen ein anderes Team für den All-Star-Bereich, für den Threshold. Aber ich habe da jetzt ein paar Änderungen schon getätigt und auch verkauft, um halt dann auch nochmal mehr Spieler hier zu holen. Ja, hatte ich natürlich viel zu viele Spieler. Habe dann entschieden, dass ich noch einen zweiten Keeper hole. Und da habe ich nämlich Yannick Huth nochmal geholt. Um dann auch noch im All-Star-Bereich wieder weiterzuspielen. Zusätzlich zum Cap 240 Mode. Und habe mir dafür dann noch Marvin Vanetzeck, also den besten Spieler der zweiten Liga geholt. Und Marcel Hartl, auch ein super Spieler. David Kovnatsky habe ich jetzt kürzlich noch als Stürmer geholt, der auch rasiert in der zweiten Liga. Und die gehen dann in den All-Star-Bereich. Die ganzen mittelmäßigen Spieler sind eher für den Cap 240-Bereich, aber auch für den Cap 220-Bereich. Wenn wir hier nochmal zurückgehen, zu Spielen anstehend, spiele ich also im Rare-Bereich All-Star-Selten. Hier kommen meine besten Spieler rein, die auch die einfachsten Gegner nächste Woche haben. Weil ich habe ja, sagen wir mal, 5, 6, 7 gute Spieler, die da rein können. Dann, die nächste Priorität ist Max 240 Selten, also Cap-Mode, um die 50 Dollar Threshold einzusammeln. Alles, was dann noch übrig bleibt, knalle ich in Max 220 Selten rein. Da braucht man auch nur, wenn wir hier reingehen, kann man auch einen Limited-Torwart spielen. Und dann halt mit Rares auffüllen. Ich habe jetzt hier keinen Stürmer, aber ist auch egal. Da kommt dann nochmal das rein, was eher einen schwächeren Durchschnitt hat, aber auch, ja, hoffentlich einen guten Gegner hat, um dann Rewards zu holen. Ich habe auch schon 2, 3 Rewards in Cap 220 gewonnen. Ich habe einige Threshows in Cap 240 gewonnen. Die letzten 2, 3 Wochen leider nicht, aber die ersten Wochen. Danach hat mich das Glück ein bisschen verlassen. Ich habe aber auch einmal Guillain Marat von Nürnberg aufgestellt, obwohl er gesperrt war. Sonst hätte ich den auch locker geholt. Ja, gut, da lernt man alles noch dazu. Genau, das heißt, ich habe jetzt hier schon 3 Teams mit 2 Rare Keepern und einem Limited Keeper. Sammle hier auch die SoRare Coins, die ja, wie gesagt, noch wichtig werden. Hier sieht man auch 400 SoRare Coins, wenn ihr richtig rasiert. Die 350 habe ich mit meinem All-Star Team auch schon mehrfach überschritten. Ich habe da auch ein paar Rewards schon geholt, dank Marvin Vanacek, der richtig rasiert hat die letzten Wochen. Mehrfach über 90 gescored. Ja, und dann wollte ich aber auch noch in den Limited Bereich gehen. Da habe ich das eigentlich so ähnlich gemacht. Ich habe da, ach wir haben Reward gewonnen, schön. Können wir gleich mal abholen. Das sind hier die SoRare Coins. Ich hatte diese Game Week, Nationalmannschafts Game Week, ein Team zusammengekratzt mit 2, 3 Spielern, die ich hatte. Und habe hier, ja, 120 Münzen geholt. Besser als nichts. Genau, jetzt gehen wir mal in Limited und da ist es eigentlich eh nicht aufgebaut. Nur, dass ich keine super Spieler habe, sondern hauptsächlich durchschnittliche Spieler. Wenn wir hier nach Position gehen, hier ist es ähnlich. Ich habe hier Samuel Radlinger, ein guter Freund von mir, habe ich geholt, weil ich weiß, dass der jetzt wieder spielen wird die nächsten 1-2 Wochen. Deswegen sind ein paar zu viele Keeper hier, aber ansonsten 7 Verteidiger, 6 Stürmer und 7 Mittelfeldspieler. Und hier stelle ich eigentlich so ähnlich auf. Wenn wir wieder zu anstehend gehen und Limited oder Limitiert, ist hier aber meine Priorität Max 240, um die 5 Dollar Threshold einzusammeln. Da kommt eigentlich das rein, ja, was so das potenziell, den potenziell besten Score holen kann innerhalb des 240er Caps. Dann kommen danach die mittelmäßigen in 220 limitiert, also Max 220, Cap 220. Und dann habe ich meistens noch ein paar Feldspieler übrig und die haue ich in den Bundesliga Profi. Hier könnt ihr nämlich, wenn wir auf Registrieren gehen, könnt ihr auch aus dem Bundesliga Amateur Team zum Beispiel halt in Kugel reinpacken und dann 4 Limited Karten dazu packen. Das heißt, hier ist eine Common oder gewöhnliche Karte möglich. Und dann habt ihr hier sozusagen das dritte Limited Team, was Rewards und SoRar Coins sammelt. Und dementsprechend sind es insgesamt, gut, das ist jetzt noch nicht aufgestellt, aber sechsmal Common Teams, gewöhnliche Teams in den Amateur Turnieren der jeweiligen Ligen. Drei Rare Teams, ja, All Star, Cap 240, Cap 220. Und im Limited Bereich Cap 240, Cap 220 und Bundesliga Profi. Wenn ihr noch ganz am Anfang seid, lohnt es sich aber vielleicht auch, mal Bundesliga Halbprofi anzuschauen. Hier ist es genau andersrum. Hier könnt ihr, also im Gegensatz zu Profi, wo ihr eine Common und vier Limited Karten reinpacken könnt, könnt ihr hier vier Common und eine Limited Karte reinpacken. Das heißt, ihr müsst nur eine limitierte Karte kaufen und habt dann auch die Möglichkeit, 200 Limited Karten zu gewinnen. Also eine davon natürlich und einigermaßen ordentliche SoRar Coins. Ja, und das sind so die Teams, die ich aufstelle. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut erklären können. Wenn ihr Fragen habt, packt sie gerne unten in die Kommentare, auch wenn ihr zum Beispiel zu Wettbewerben Fragen habt. Es gibt ja noch super interessante Wettbewerbe wie Herausforderer Europe, also Challenger oder U23-limitierte Ligen sind auch sehr interessant. Ja, haut die Fragen gerne in die Kommentare. Ich freue mich über Feedback und ja, das soll es für heute gewesen sein. Denkt dran, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, nutzt den Link unten in der Beschreibung und damit verabschiede ich mich. Macht es gut. Ciao.